Einen wunderschönen guten Morgen. Sprachnotizen sind ja schön und gut, aber die will man dann doch durchsuchen können. Genau wie Podcasts oder wie Interviews, in die man am liebsten ein Lesezeichen reinhängen möchte. Deshalb folgt hier ein kurzer Exkurs, wie iOS-Ups beim Transkribieren helfen. Beispielsweise, welche Web-Ups man dafür zurate zieht. Und wie unkompliziert man das für die eigenen Mitschriften realisiert.